Manuel fragt Pete Smeet, wer ist euer Lieblingswrestler? Das ist eine verdammt gute Frage, wer mein Lieblingswrestler ist. Ich glaube, ich habe tatsächlich keinen. Es gibt so ein paar richtig geile Kämpfe, die ich gesehen habe, unter anderem mit Ricochet, die fand ich halt super cool. Aber da ich halt nicht tief genug drin bin, sondern mich meistens von Jameet hypen lassen und mir das dann gönne, wäre die Ehrlichkeit von eigentlich keiner. Mein Lieblingswrestler ist nicht mehr aktuell. Es wäre Goldberg. Ja gut, Wrestling, Schmessling, sage ich immer. Ich kenne natürlich den einen oder anderen. Rock ist ja mittlerweile im Fernsehbusiness groß und wirkt da auch sehr sympathisch und cool. Ich finde auch ganz cool Batista, der, finde ich, ist ein ganz guter Schauspieler und die beiden. Mein Lieblingswrestler. Ja. Ich würde jetzt sagen, The Rock. Ja. Den finde ich cool. Aber auch eher durch die Filme. Weniger, weil ich seine Wrestling-Matches gesehen habe. Aber den finde ich so an sich sehr cool. Aber ich gucke halt kein Wrestling, deshalb kann ich da euch nicht viel zu sagen. Aber The Rock ist ein cooler Dude. Es gibt wirklich die Frage, was ist euer Lieblingswrestler? Kennen die Jungs doch eh keinen. Naja. Kann ich zumindest mehr sagen zu meinem Lieblingswrestler aktuell. Es gibt viele, die ich sehr, sehr gerne mag, tatsächlich. Boah. Boah, ist doch eine schwere Frage. Ich finde Walter aktuell total cool. Velvet Team Dream, der ist leider verletzt. Finde ich total toll. Shayna Baszler, um einen weiblichen Wrestler zu nennen. Finde ich auch super. Io Shirai, auch nochmal. Also, boah. Kann es so schwer. Es ist so schwer, was zu sagen, was genau mein Lieblingswrestler aktuell ist. Ich feiere einige. Voll- und Untertitelung des ZDF für funk, 2017